Hast du nicht gedacht. Was? Wer fängt denn an? Okay. Robert Lewandowski. Timo Werner. Jadon Sancho. Wie heißt der? Erling Haaland. Reuven Hennings. André Silva? Andersson. Welcher Andersson? Sebastian Andersson. Ja, kein Name gesagt. Sebastian Andersson, komm. Wie viel Andersson gibt's denn? Ja, keine Ahnung. Es gibt einen Andersson im Bundesliga, komm. Wie heißt der? Markus Giran. Player. Boah, der hat auch zehn. Jetzt wird's, glaube ich, eng. Wie heißt der? Kai Havertz. Boah, wie heißt der Kai Havertz. Hab der zehn nicht mal. Ich bin raus. Blau. Wie ist der Kuss? Die Kuss. Was ist der Kuss? Die Kuss? Die Kuss. Die Kuss. Jauré? Äh... Jonny... Jonny, man nennt es mal. 17. Äh... Zwei verschiedene Länder. Da fällt mir gerade echt keiner mehr ein. Ähm, nicht passen. Woher haben wir jetzt? Ja. FC Barcelona? Ja. FC Liverpool. Borussia Dortmund. Manchester United. Bayern München. Äh... Ich glaube, FC Porto. Chelsea. Ajax Amsterdam? Juventus. Scheiße. Inter Mailand. Ja. Inter Mailand. Oh! Ging schon raus. 2-1? 2-1. Ach nee, hat man nicht gewonnen, ne? Wer fängt an? Simon Falle. Du fängt an. Ich fängt an. Ja, der hat schon Simon gesagt. Getro Willems. Tuta. Rodrigo Salazar. Boah. Ähm... Ähm... Hat der echt kein Tor gemacht? Der hat echt kein Tor gemacht. Ah, Scheiße. Ah, schade. 2-1. 2-1. 2-1. 4-1. Ja. Marc Schade. 000